Herzlich willkommen zur Weltfußballerwahl 2023. Unser erster Nominierter, Erling Haaland, der die Saison komplett auseinandergenommen hat, ein Triple geholt hat und in 53 Spielen 52 Tore gemacht hat. I like Stütze, Lotz. Unser zweiter Nominierter ist Lionel Messi, der die Saison eigentlich nichts gemacht hat. Aber, wuuuuh! Alter, ich werde diese Titel nicht gewinnen. Ich habe nichts gemacht, Alter. Halt rein. So, Leute. Und der Gewinner ist... Lionel Messi? Die absolut verdient, null Titel diese Saison und Weltmeister 2022 gewonnen, obwohl die Preisverleihung für 2008... Nein, komm, Junge.